Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind in der letzten Folge nach einigem Hickhack irgendwann mal auf Gilgameschs Insel gelandet. Ich habe festgestellt, traurigerweise, dass ich dort an meine Grenzen komme, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ich habe dann kurzerhand entschlossen, auch weil wir Odin brauchten, um die Härteprüfung dort zu absolvieren, Odin nochmal an uns zu reißen. Das ist uns am Ende der letzten Folge immerhin gelungen. Und ich habe jetzt beschlossen und ich werde auch den Schwierigkeitsgrad weiterhin auf leicht belassen, dass wir jetzt hier die restlichen Herausforderungen noch bewältigen. Und dann gucke ich mal, ob ich bei Gilgamesch weiterkomme. Ich weiß gar nicht, warum Chatel mir hier jedes Mal ein Ohr abkaut. Wir sind doch hier schon vor Ewigkeiten mal gewesen. Ich dachte, der sagt immer irgendwelche ortsbezogenen Sachen, aber hier im Andershauser, das soll schon mindestens 30 Folgen zurückliegen. Wahrscheinlich sogar mehr. Egal. So, Kamsimulator. Ich habe mir beim letzten Mal schon die etwas lückenbehaftete Liste gesehen. Und, ah komm mal, hier kriegst du sogar ein Häkchen, wenn du alles abgeschlossen hast. Das finde ich gut. So, jetzt bin ich motiviert. Häkchen sind ein großer Motivationsfaktor. Nibel Kampfauftrag, die Boten des Todes, Bekämpfe zur Beschaffung weiterer biologischer Daten, bla bla bla. Besiege Feuerschweif, besiege Carnifex. Keine Ahnung, was das für Gegner sind. Carnifex kenne ich nur als Band und der Rest. Na mal gucken. Wir werden heute auf jeden Fall viele Blackscreens sehen. Mein großer Wunsch ist, dass ich es in der heutigen Folge schaffe, alle offenen Chat-Lay-Sachen abzuarbeiten. Das wäre super. Ich muss jetzt aber zugeben, ich fühle mich irgendwie doch schäbig, dass ich das jetzt immer noch auf Light spiele. Ich glaube, wir springen danach mal wieder auf Normal zurück, gucken, ob ich damit halbwegs gut durchkomme. Und wenn nicht, dann kann ich es ja immer noch ändern. Aber das sind ja auch uralte Aufträge hier. Ich weiß nicht, ob da auch so wirklich knifflige Sachen noch mit drin sind. Es gab eine Kategorie, die war immer ein bisschen anspruchsvoller, wo du so Voraussetzungen erfüllen musstest. Ähnlich wie bei den Jagdmissionen. Ich glaube, das war aber nicht diese Kategorie hier. Die ging immer noch klar. Oh, diese Gegner hasse ich. Die hasse ich. Ich hatte gehofft, dass wir die nie wieder zu sehen bekommen. Die haben eine Feuerschwäche, das ist schon mal interessant. Aber die verlieren auch relativ schnell. Ja, ich glaube, wir brauchen hier nicht unbedingt. Wobei, ja, jetzt weichen sie aus. Warte, ich will den anderen angreifen, weil der schon ein bisschen angeschlagener ist. Äh, gerne mit einem Schockschuss. Und dann ist jetzt die Frage... Kann ich hier auch mal zaubern? Sollte ich auch... Achso, der hat gar kein... Das habe ich dem rausgenommen, weil es beim letzten Mal... Ja, stimmt, da hatte ich bei den Gilgamesch-Kämpfen festgestellt, dass mir Elementaranriffe nichts bringen. Keine Ahnung, wo Red gerade hinhauen will. Auf jeden Fall nicht den Gegner scheinbar. So, und jetzt geht's ja gleich los mit Versteinerungs-Kacke. Das brauche ich jetzt alles nicht unbedingt. Ei, ei, ei. Okay. Okay, wir haben den Punkt wieder erreicht, wo alles einfach nur nervig ist. Und es ist gerade mal Kampf 1. So. Gewonnen? Hä? Was ist denn da jetzt passiert? Ich wollte gerade mit Barrett die Steinbehandlung irgendwie angehen, aber scheinbar ist es jetzt nicht nötig. Haben die sich wie Bomber irgendwie selber in die Luft gejagt oder was? I don't know. So, hier jumpt er jetzt mal wieder nicht nach vorne. Ich verstehe es halt mal wieder nicht. Mal springt Cloud direkt nach vorne zum Gegner hin. Mal haut er auf die Luft. Da gab es auch schon mal eine Erklärung für in den Kommentaren. Ich weiß aber nicht mehr, wie diese lautete. Und egal, wie sie lautet, nachvollziehbar finde ich es trotzdem nicht. Entweder will ich wie in einem Nier oder wie in einem Ease, dass immer genau das passiert. Also, dass du immer da hin haust, wo du halt gerade hin haust. Oder der Charakter zieht automatisch zum Gegner. Aber dieses Mal so, Mal so, das überfordert meine minimalen geistigen Kapazitäten schon wieder zu sehr. So, Schwertsturm. Warum sind die ersten so schnell down gegangen? Ach, das waren auch andere Gegner. Warte mal, das sind doch jetzt wie die eigentlichen Stars. Feuerschwebe. Wo waren jetzt die Karni-Hexe? Das waren die, die hier am Anfang gleich abgenippelt sind, ne? Das ging mir ein bisschen zu schnell gerade, aber es ist okay. Stelle ich jetzt auf normal oder belasse ich es auf einfach? Ich meine, meine Ehre habe ich eh schon abgegeben, als ich es das erste Mal gemacht habe. Oh, Vitalität und Willenskraft. Wenn ich jetzt noch wüsste, wofür Willenskraft steht, dann... Könnte ich das auch taktisch zu meinem Vorteil nutzen, aber... Keine Ahnung. Kann man sich das im Menü irgendwo erklären lassen? Hm, Tanz der Dämon. Ich ziehe das jetzt auch leicht durch. Das bereitet mir einfach... Äh, zu wenig Motivation. Also, wenn du am Ende des Spiels sowieso nicht sagen kannst, du hast alles auf normal durchgespielt, dann ist es ja irgendwie eh ad absurdum. Wobei, was ich aber beibehalten möchte, äh, das ist, dass ich das Hauptspiel, also das Nicht-Optionale, das würde ich schon ganz gerne auch weiterhin auf, auch nochmal durchspielen. Und vor allen Dingen den End-End-Boss, der wahrscheinlich auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen wird. Das wäre schon gut. Aber egal. Erst einmal sehen wir uns hier, das ist alles noch Zukunftsmusik, weit entfernte Zukunftsmusik. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass es hier noch so viel zu erledigen gibt. Zumal ich bei den Videos, die in meiner Abwesenheit online gegangen sind, äh, mehr als nur einmal gelesen habe, dass ich, äh... Dass das Spielende nicht mehr weit ist und so. Und ich dachte wirklich, als ich mich heute hier herangesetzt habe, dass, äh, ich direkt ins, äh, Finale purzeln würde, wenn ich Gobbi besiegt habe, so. Aber ein bisschen was hast du ja hier doch noch zu erledigen. Also, eines kann man dem Spiel nicht unterstellen, das habe ich schon mal gesagt, das ist einerseits mangelnde Abwechslungsreichtum, dass... Ey, guck mal, der Klaute jumpt gar nicht mehr nach vorne. Woran liegt das? Warum? Warum ist das so? Das nervt mich. Und, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, du hast auf jeden Fall hier sehr viel zu tun. Also, man kann sich hier definitiv nicht darüber beschweren, dass... Dass der Spielumfang zu gering ist. Aber eigentlich hat man in dem Moment, wo man das schon auf seiner Festplatte installiert hat, erkannt, aufgrund der Größe. Aber das muss ja auch nicht immer auf einen großen Spielumfang hindeuten. Und das kann ja manchmal auch der, äh, der Grafik, äh, geschuldet sein, die entsprechende Hardware-Kapazitäten frisst. Insofern muss das eine nicht mit dem anderen zusammenhängen. Und insofern bleibt mein Lob dann demnach auch bestehen. Oh, es fühlt sich gerade gar nicht mehr schlecht an, hier so schnell durchzukommen. Ich halte mir dafür, wie gesagt, auch nicht auf die Schulter klopfen, hier irgendwas Großartiges geschafft zu haben. Aber ich möchte es halt auch schnell hinter mich bringen. Wer weiß, ob hier vielleicht noch Belohnungen mit dazukommen, die wir für den weiteren Spielverlauf noch gebrauchen können. Andras. Oh, die mögen beide kein Eis. Das ist ganz gut, weil... Weil, weil, weil... Red auf jeden Fall Eiszauber mitbringt. Und ich kann mit meiner jetzigen Gruppenkonstellation echt wenig, äh, an Elementen nur bedienen. Weil ich den Cloud so aus diesem elitären Zauberkreis komplett entfernt habe. Und, äh, sich das ja auch ein Stück weit bemerkbar macht. Aber wir kriegen das auch so hin. Ohne großartig ummodeln zu müssen. Ich könnte natürlich auch Aerith oder so noch reinkriegen. Aber warum? Das ist eigentlich nur das Vorgeplänkel für die große... Für die große Gilgamesh-Frage, wenn man so will. Nicht mehr und nicht weniger. Das hat mich nämlich in der letzten Folge schon ein bisschen... Ein bisschen debri werden lassen hier. Dieses, äh, ständige Versagen in jedem Kampf. Ich habe jetzt sicherlich auch noch nicht alles ausprobiert, was man machen konnte. Aber ich bin für meine Verhältnisse auch mit dieser... Mit diesem Ansatz mit Barrieren vielleicht zu arbeiten schon... Verhältnismäßig experimentierfreudig gewesen. Für meine Verhältnisse wohlgemerkt. So, warte mal. Einmal auf den Kieferruf zaubern. Ich glaube, das mag der nicht so. Auf Versteinerungsnebel habe ich nämlich wiederum keinen Bock. So, und dann könnte ich ja... Die halten aber gut was aus. Junge, Junge. Also, ich will mir gar nicht ausmalen, wie lange das jetzt hier gedauert hätte, wenn... Wenn ich auch normal gespielt hätte. Ich glaube, der Kampf wäre nicht ganz ohne gewesen. Ich schätze aber diesen Felsenfächer, den hätte man auch als zweites erst ummieten sollen. Der Andras, der hat, glaube ich, weniger vertragen. Deswegen hat sich das auch gerade so ein bisschen gezogen. Egal, geschafft ist geschafft. Haken dran, nie wieder diesen Kampf absolvieren. Ach, wie ist das schön. FP-Boost ist sogar von den blauen Materia eine, die ich sehr interessant finde. Uh, wir haben das grüne Häkchen bei den Kampfaufträgen. Wie geil. Was fehlt denn hier? Hä? Wie fehlt ein Gegner in der Coral-Region? Und hier sogar noch zwei? Was habe ich da denn verpasst? Das sieht ja mal mega hässlich aus hier. Hm. Kein Plan. Ich mache jetzt hier mal weiter an der Stelle, weil das hier die geringste Stufenanforderung mitbringt. Äh, Nibel Feldforschung. Bekämpfe 20 von 20. Ey, das ist ja merkwürdig. Ich versuche gerade gedanklich, die Region nochmal durchzugehen und frage mich, vielleicht, Moment, in der Coral-Region könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass ich dort, wo ich mit Aerith in dieser einen Zeitmission gegen die Bomber noch nicht bestehen konnte, vielleicht hängt das damit zusammen, dass bei späteren Kämpfen... Ah, jetzt, jetzt jumpt er wieder nach vorne. Sehr schön. Er ist wieder der Alte. Äh, vielleicht würden dann in den Folgekämpfen noch Gegner kommen, die ich noch nicht kennengelernt habe. Ein anderer Ansatz will mir jetzt nicht einfallen. Wobei, es könnte auch im Zusammenhang irgendwie mit einem Goldsaurcer stehen. Aber ich glaube, da wirst du nicht in den Mini spielen. Äh, was ist das denn? Das ist so eine... Die kennen wir, glaube ich, schon. Ein Stinger, genau. Ist aber lange her, seit wir diesen Gegner gesehen haben. Äh, ja, aber in Gongaga? Da habe ich gar keine Ahnung, womit das zusammenhängen könnte. Wirklich einfach gar kein Plan. Also, wenn ihr das so aus dem Stehgreif beantworten könnt, dann macht das gerne. Ist mir auch egal, wenn da Spoiler inkludiert sind. Ich will nur keine Hauptstory-Spoiler haben, aber dadurch, dass wir uns jetzt aufs Ende des Spiels zu bewegen, macht das den Kohl, glaube ich, auch nicht mehr fett. Hm, aber so wichtig ist es mir auch ehrlich gesagt nicht. Ich muss gleich mal in der Chat-Lay-Übersicht, wenn wir da nochmal drin sind, gucken, ob da auch drin stand, welche Belohnung man dafür bekommt. Damit steht und fällt die Motivation, nämlich vielleicht nochmal zusätzlich, sich da reinzuknien. Ich wette aber, dass ich darauf keine Lust haben werde. Wobei es theoretisch ja auch ausreichen würde, sich online, und das wird es für Rebirth sicherlich geben, so eine Gegner-Übersicht und Liste pro Region einfach rauszuholen. Das könnte man theoretisch machen. Wahrscheinlich habe ich in irgendeinem Teilbereich vielleicht hinter irgendeinem Busch auch einen Gegner übersehen, der nur an einer Stelle spawnt. Aber meine Vermutung ist schon, dass das mit irgendwelchen Zeitquests zusammenhängen muss. Was sind das denn für Viecher? Kennen wir uns schon. Doppelgesicht, ja doch, die kenne ich. Die kenne ich noch. Ich weiß sogar noch, wie die Umgebung aussah. Wo wir die gesehen haben, auch wenn ich die namentlich nicht mehr benennen kann. Aber vertraut sind sie dann doch. Aber die hatten wir, glaube ich, nicht lange Zeit. Ich glaube, die waren tatsächlich nur in einem bestimmten Gebiet. Da war alles easy going. Ist das jetzt die vierte von fünf Runden? Letzte Chance. Oh, nee, explodiert da jemand? Nee, keine Ahnung. Unsere Materia-Leveln hier auf jeden Fall sehr gut. Ich könnte wahrscheinlich vor der nächsten Folge schon wieder ein bisschen was austauschen. Wäre sicherlich noch effizienter hier nach diesem Kampf, aber ich habe keinen Bock. Ich bin der faulste Mensch hier in Rebirth, ich weiß. Aber es gibt halt Spiele, da motivieren mich solche Sachen. Und solche, da ist das nicht der Fall. Ich könnte zum Beispiel stundenlang jetzt ein bisschen überspitzt formuliert in den Trails spielen, meine, ähm, links neu anordnen. Meine, hier heißt das nicht Zepit, sondern äh, ich wollte gerade Gambit sagen. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Schon wieder ein Zeichen, dass ich mal wieder Trails spielen sollte. Zu lange her. Aber ich bin nicht prinzipiell gegen Menügewusel. Es schwankt halt sehr stark, von Spiel zu Spiel. So, Schlesikowski-Bomber. Gut, dass der nicht explodiert ist. Aber der war dank seitdem Schwierigkeitsgrad auch relativ schnell down. Also ich bin mir relativ sicher, ich werde es natürlich nie beweisen können. Aber ich glaube, dass wenn ich das auch normal gespielt hätte, dann hätte die heutige Folge dafür nicht gereicht, um Jetlay zu finalisieren. Wobei, von finalisieren kann eigentlich keine Rede sein, wenn ich mir diese beiden hässlichen Schlösser hier nochmal angucke. So, Graslande-Feldforschung. Ähm, ja. Das ist jetzt alles mit Stufenempfehlung 45. Ich traue mich mal einen Schluck Kaffee zu trinken. Prost. Also, Graslande. Damals, als das Spiel noch so entspannt, so unfreulich war, als mir noch nicht mal im Ansatz klar war, was für ein Minispieldrama mich hier erwarten würde in diesem Let's Play. Aber ich habe mich, finde ich, ganz gut durchgemogelt. Ich habe halt natürlich einige Minispiele ziemlich ignoriert. Zum Beispiel, dass da in diesem Fitnessstudio bei dem, ich kann mir die Namen alle merken, Katastrophe. Aber das mochte ich eigentlich im Remake, im ersten Teil. Das ging eigentlich noch. Das habe ich auf Screen relativ gechillt mit ein bisschen Übung und Konzentration machen können. Also, es gibt halt solche und solche, ne? So, also ich glaube, das ist hier Standard, dass du fünf Runden hast in dieser Kategorie, in der wir uns hier gerade befinden. Wir hatten... Ich glaube, ich muss aber auch gar nicht so großartig bei den Materia jetzt irgendwie umdisponieren, was das Lernen angeht oder das Ausmaximieren. Weil ich hatte, glaube ich, keine Materia mehr auf Reserve, die ich unbedingt noch leveln musste. Ich hätte nämlich Puffer gehabt. Es haben nämlich immer noch sehr viele Charaktere, zum Beispiel den Glücksboost mit drin, der wahrscheinlich eher unnütz ist. Den habe ich immer noch so ein bisschen als Handlungsspielmasse, sage ich mal, zum Tauschen, als Puffer. Und, äh, hätte ich vor der letzten Folge beim Durchgucken noch gesehen, ich bräuchte Platz, dann hätte ich diesen auch gefunden. Deswegen ist das alles halb so, halb so wild. Aber, ich glaube, ich habe auch noch nicht überall bei Chatley die, ähm, na, sag schon, die, äh, Dinger eingekauft, weil der verkauft ja auch Materia, beziehungsweise löst die ein, gegen diese komischen Punkte, die man da für ihn sammelt. Ich wette, in manchen Regionen fehlt mir da noch was. Da habe ich nie drauf geachtet, vor den Gebiets wechseln, ob das da vollständig ist. Muss auch noch überlegen, ob ich das mit der fehlenden, mit den fehlenden Synthese-Sachen noch angehen will. Bestellt euch darauf ein, dass das ein für meine Verhältnisse sehr, äh, unvollständiges Let's Play am Ende sein wird. So, warte mal, ich glaube, hier sollte ich ein bisschen zaubern, die Nerven nehmen, nicht, weil die einen immer so zurückstoßen bei physischen Angriffen. Das kann und will ich so nicht stehen lassen. Bitte einmal hier. Feuerstoß, jawohl. Der hat leider kein Eis. Ähm, Schockschuss sollte ich ja aber Abhilfe schaffen. Ich habe ja Gott sei Dank keinen, äh, Gott sei Dank keinen Zeitdruck hier. So, Schwertsturm, da waren es auch nur noch zwei. Was ist denn das für ein trauriges Weinen des, äh, Smiley, hätte ich fast gesagt, da unten links bei Red und Cloud. Auf jeden Fall nichts Gutes. Aber ist auch nicht schlimm. Und wir schaffen das auch so. Jetzt hier noch einmal geschmeidig die maximale Wut. Irgendwo am besten in den Rücken rein oder auf den Zahn oder keine Ahnung, wo es am meisten weh tut ins Auge. Nein, so einen Hass habe ich auf die Elfer Duns nicht. Wobei es gab mal eine Jagdmission, die mich richtig gestresst hat. Das war, glaube ich, in der zweiten oder vielleicht sogar in der ersten Region noch, wo ich mich auch so tierisch über Mai aufgeregt habe, die mich da so ein bisschen getriggert hat. Das hat sich im Laufe des West Plays finde ich ein bisschen gelegt. Was sind das denn für Hansels? Wer hat A und Bärth B? Okay, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber scheinbar sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen. Haben auch beide genau die gleichen Namen. Ich dachte, das wären jetzt irgendwie Brüder mit Eigennamen oder so. Okay, Red steht schon wieder ganz weit weg vom Schoß. Das wirft uns dann auch nicht so wirklich weiter. Der ist gleich im Schock. Jawollo. Da ist es auch schon soweit. So, warte mal, hier will ich jetzt meine grenzenlose Wut einmal um die Ohren hauen. Das wird er höchstwahrscheinlich nicht überleben. Genau. Und du bist auch gleich Geschichte. Boah, ey, wir haben diese Kämpfe jetzt. Oh, Stufe gestiegen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, Synchrofertigkeiten. Das ist noch viel besser. Das war eigentlich gar nicht so notwendig jetzt. Aber das sind diese diese Sachen, warum es sich dann hier vielleicht doch noch lohnt, das alles nochmal durchzuexerzieren, auch wenn es lange dauert und müßig und vielleicht auch ein bisschen langweilig ist. Aber wir kriegen Level-Ups. Wir stärken unsere Materia. Ich könnte mir vorstellen, wenn man für den Gilgamesh-Strang online sich Level-Empfehlungen angucken würde, dass da irgendwie drinstehen würde, auf gar keinen Fall unter Level 50 probieren oder so. Weil da bin ich halt knapp drunter. Und vielleicht kann Chat-Lecher ein bisschen Abhilfe schaffen. So, Cloud, Red und Barret. Mein neues Stream-Team. Ich glaube, das ist auch das erste JRPG, wo ich mich tatsächlich am Ende mit einer reinen Männer-Truppe am wohlsten fühle. Maximal untypisch für mich, weil ich eigentlich immer so meine Girl-Groups zusammenstelle und eigentlich immer gerne Mädels auch dabei habe. Das klappt ja gerade schon wieder gar nicht. Weil ja schon wieder so reudige fliegende Gegner sind. Aber ich weiß noch, wie ich diese komischen Sicheln hier schmeißen kann. So, jetzt kommt mein Lieblingsangriff. Ich hoffe, er hebt sich damit auch in die Lüfte. Das sah aber gerade danach aus. Ja, Rollo. Okay, das ging schnell. Ich hoffe, dass wir in der letzten Runde nicht nur fliegende Gegner haben werden. Das wäre ein bisschen demotivierend. Aber in Anbetracht des reduzierten Schwierigkeitsgrad ist bestimmt trotzdem machbar. Okay, es fliegen nicht alle. Diese wunderschönen Krebsgeschwüre hier. Oder auch Kastanjetten genannt. Die, äh, gegen die habe ich nichts. Die waren aber, glaube ich, damals in der Mine, wo ich mich so dumm angestellt habe, weil ich die Sprossen an der, an der Kletterwand nicht gesehen habe. Wisst ihr noch? Ich bin ewig lange umhergeirrt bis ich die gefunden habe. Ich glaube, die waren so ungefähr in der Phase des Spiels. So, maximale Wut durch diese wunderschöne Kastanjette. Äh, was machen wir mit ihm? Einmal Mutangriff bitte. Die halten doch ein bisschen mehr aus, als ich gedacht hätte. Keine Ahnung, was gerade mit Cloud war. Der hat übelst lange gebraucht, um anzugreifen. Ich glaube, der war temporär außer Gefecht gesetzt. Hätte ich jetzt im Eifert des Gefechts irgendwie nicht so ganz erkennen können. So, Barret, jawollo. den wollte ich einmal im Schock sehen. Da ist es dann auch schon so weit. Man kann Cloud hier mit, ja, Vision Synthese macht auch Schaden, habe ich irgendwann mal gesehen. Und da war es das auch schon mit dem Gegner. Jawohl. Und, ich habe mit meinen Leuten auch noch nicht überall diese Superlimit-Angriffe freigeschaltet. Das ist auch noch was, wo ich viel Potenzial natürlich noch im Köcher habe, was ungenutzt ist. Die Möglichkeit, das alles auf Reset zu setzen und den Anforderungen des jeweiligen Kampfes, an dem ich scheitere, anzupassen. Aber, weiß ich nicht. Ich würde halt so unfassbar viel Zeit und, äh, auch Nerven sparen, wenn Materia Erstschlag hat, die nächste Stufe erreicht. Ich glaube, die ist auch Maximum. Wenn ich danach einfach YouTube anschmeiße und mir den Kampf woanders angucke, ist es natürlich immer ein geileres Gefühl, so Viecher selber zu besiegen, aber, ja, weiß ich nicht. Ich verstehe halt manchmal auch bei mir selber nicht, warum es mich zum Beispiel überhaupt nicht stört in so einem Spiel wie Octopath Traveler, wo ich immer noch der Meinung bin, man muss gar nicht so viel grinden, wie es immer gesagt wird, wenn man einfach nicht aus Kämpfen flieht und sich genau umschaut und alle Kämpfe irgendwie mitnimmt, die einem über den Weg laufen. Aber, ich habe bei einem Octopath zum Beispiel weniger Motivationsprobleme dann nochmal zwei Level aufzusteigen, als das hier der Fall ist. Also jetzt gerade geht es noch, weil wir bei Shadley unsere Liste noch nicht vervollständigt haben. Da sind die Häkchen die Motivation, aber ich glaube, das steht und fällt einfach mit der mit der Art und Weise, wie man zum jeweiligen Kampfsystem steht. Ich glaube, wenn du generell pro Kampfsystem bist, egal in welchem Spiel, dann stört es halt einfach auch weniger. Und du hast natürlich auch Unterschiede, was die Wartezeit und Dauer der jeweiligen Level-Ups angeht. Also in manchen Spielen dauert es halt unfassbar lange und in anderen kannst du dir manchmal auch mit diversen Hilfsmittelchen das Ganze entsprechend vereinfachen. Also ich würde sagen, das ist hier schon relativ relativ human gelöst. Also klar, die Level-Ups dauern schon schon lange hier aktuell, aber ich bin glaube ich auch noch nicht an den besten Stellen gewesen. Ich habe mich auch noch null informiert, wo man hier am besten Power leveln kann. Und haben wir nicht sogar Items, mit denen man das schon noch zusätzlich boosten kann, dass du mehr Erfahrungspunkte und sowas alles kriegst? Also ich werde für die Antwort jetzt nicht nochmal das ganze Mini durchforcen, aber vielleicht gibt es diese Hebel hier noch. Aber das eigentlich in jedem JRPG immer diesen einen Gegner oder dieses eine Gebiet, wo du mit ein bisschen hin und her gelaufe das irgendwie machen kannst relativ schnell. Betonung liegt auf relativ. Behandeln ist glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Diese Materie habe ich glaube ich nur einmal. Wobei man die meine ich auch im Laden irgendwo kaufen könnte, aber keine Ahnung. Ich habe für meine Kohle eh kaum noch Verwendung. Theoretisch könnte ich mir jetzt jede Materie einmal mindestens auf drei hochkaufen oder sowas. Bist du denn für ein Gegner? Du bist voll hübsch. Deinen dicken Hörnern. Was für ein Panzer? Kolospanzer. Wo haben wir den denn schon mal gesehen? War der nicht in der Wüste mal? Ich weiß es nicht. Der hat eine Blitzschwäche. Ich glaube Blitz kann ich gar nicht bedienen. Warte mal irgendwas ist komisch mit dem. Nachdem er bestimmte Attacken eingesetzt hat, wird der Schockanfällig in regelmäßigen Abständen bringt der sich in den Schild- oder Reflex-Zustand. Das ist die Schockleiste voll. Abwehrstellung. Ich drei Treffer mit... Hä? Okay, warte mal. Also muss ich den jetzt anzaubern oder was? Ich probiere es einfach mal mit Eis. Das hier bringt ja gerade alles aktuell scheinbar nichts. Hier kann er erst mal mit Aero probieren. Der ist schockanfällig. Wirkungslos. Aber warte mal, ich habe den doch hier gerade eine Schadenzahl irgendwo gesehen. Oh, das nervt mich, dass Cloud gerade nicht zaubern kann. Aber du weißt halt auch vorher nie, was für ein Gegner hier auf dich zukommt. Was mache ich denn jetzt hier mit dem? Okay. Also, nachdem er bestimmte Attacken eingesetzt hat, wird der schockanfällig. In regelmäßigen Abständen bringt er sich in den Schild- oder Reflekt-Zustand. Ja, aber Schild heißt doch, dass er alles physische an sich abprallen lässt und Reflekt alles magische. Warum machen denn meine Zauber so wenig Schaden nur? Haben die überhaupt Schaden gemacht? Warte, ich gucke nochmal. Ich kann nochmal Komet einsetzen. Elementneutralen Schaden verursachen. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Der ist schockanfällig. Cloud kann ja nichts machen. Wobei doch, warte mal, Cloud kann. Warte mal, du machst erstmal Aeora. Ich sehe hier im Eifer des Gefechts nicht. Stand da nicht gerade wirkungslos beim Zauber von Barrett? Das ist schon wieder alles viel zu hoch, ey. Synchrofertigkeiten, bitte. Ungezähmter Aufstand. Hey, wir nehmen die Visionssynthese. Meine Verbundenheit zu Red hat sich verändert. Ich bin rückblickend betrachtet auch echt froh. Oh, jetzt mache ich wieder Schaden, aber manchmal steht da auch wirkungslos. Was stimmt denn jetzt? So, warte, warte, warte. Ich bin rückblickend betrachtet echt froh, dass ich mein Date mit Barrett hatte, weil ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man auch mit Cat G ein Date hätte haben können und so. Jufi hätte ich auch irgendwie deplatziert gefunden. Also es ist schon ganz gut so, wie es gelaufen ist, würde ich mal behaupten. So, Synchrofertigkeiten, Visionssynthese nochmal, die haben wir doch schon aktiv. Warte mal, Red kann hier seinen Limit-Dings bringen, Blutzahn, mach mal. Was für eine Geburt, ey. Hoffentlich taucht er hier jetzt in diesem Fünfer Gespann nicht nochmal auf. Das war gerade mal der erste Gegner. Ei, ei, ei. Hoffentlich war das hier Ausnahme. Wird jetzt kleine Standard-Gegner, die keinen Schutz gegen physische Angriffe haben. Das wäre mein Lieblingsszenario. Oh, no. Das hier scheint auf jeden Fall eine sehr besondere Gegnerrunde zu sein. Ähm, aber ich glaube, hier gab es gar nicht so großartige Dinge zu beachten, oder? Verfällt den Schockzustand, wenn er Stachelregen einsetzt. Okay, lasse ich mal so stehen. Der kommt gerade voll auf mich zugeputzt. Nee, kommt der doch nicht. Rausend Stacheln, bitte nicht Klau treffen. Bin ich einmal vollgeschmeidig ausgewichen hier. Klappt scheinbar doch manchmal. So, und jetzt? Weiß ich nicht. Äh, okay, der hat es gerade auf Barrett abgesehen. Da distanzieren wir uns mal ganz schnell von. So, Impulse Heap, go for it. Red. Okay, wir haben den gleich in den Shop-Modus. Ich werde jetzt keine, genau, keine ATB mehr einsetzen, damit wir das hier für diesen Moment einmal aufgehoben haben. So, Feuerstoß bitte. Und maximale Wut. Jawohl, und wird das reichen? Yes! Faktorius besiegt. Hier habe ich gerade ein bisschen Angst vor der letzten Runde. Ich finde nämlich diese ganze Etappe hier ein bisschen anspruchsvoller als die letzten, muss ich sagen. Auch wenn die Level Empfehlung 45 überall gleich war. Guck mal, das sind alles so starke, außergewöhnliche Einzelgegner. Mystischer Drache, an den kann ich mich auch nicht mehr erinnern, ist das noch mal für einer gewesen. So, warte mal. Nachdem ihm eine gewisse Menge Schaden zugefickt wurde, wird er schockanfällig, bleibt er in diesem Zustand allerdings in der Luft. Okay, aber guck mal, der hat eine Windschwäche, was ganz gut ist. Das nervt aber, dass der fliegt. Okay, jetzt ist er gerade am Boden, das ist schön. Kann er gerne bleiben, da ist er willkommen. Impulsi. So, Flammenwerfer, bitte nicht. Der hatte, ach doch, der hatte Ero als. Hast du das auch? Nee. Dann lassen wir es mal bei den Wirbelfängen. Keine Ahnung, ob die Wirbelfänge auch Gegner in der Luft erwischen, habe ich noch nie beobachtet. Habe ich auch jetzt gerade irgendwie nicht erkennen können. Aber egal, ich glaube, der ist nicht der härteste Zeitgenosse hier heute. So, guck ich in einem Schockzustand hier noch mal die Wirbelfänge raus. Das sieht gut aus. So, und Barret hat jetzt wieder einen Feuerstoß. Jawohl, sogar noch in der Schockphase, würde ich behaupten. Ich glaube, Visionsynthese macht halt ein bisschen Schaden, aber ist nicht der allergrößte Damage-Dealer. Und das wird er jetzt nicht mehr überleben. Maximale Wut. Und Szykowski. Ich habe bisher in dieser ganzen Folge nur ein Level abbekommen, in den Shetay-Kämpfen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Jetzt kommt Nummer 4, richtig? Oh, shit. Ja, die waren auch unangenehm. Die passen hier sehr, sehr gut in dieses Gegner-Konglomerat rein. Lautes vergiftet, das ist ungeil. Aber kann man nichts machen? Schwertsturm. So, ich weiß nicht mehr, was die Besonderheit war bei diesem komischen Schleim. aber ich denke mal, dass das sehr ungemütlich sein wird. Wesen kann mit elementaren Attacken schockanfällig gemacht werden, wechselt durch diese Angriffe in einen elementresistenten Modus. Ja, super. Vor allen Dingen, weil ich auch so wenig an Elementen gerade bedienen kann. Ich glaube, ich brauche da einfach ein bisschen Glück. Hä? Sind die anderen gerade respawned? Was ist denn hier gerade passiert? Kommen die Inkognitos zurück? Laut, schneller! Der ist gerade schockanfällig. Nutze das bitte aus. Dankeschön. So. Äh, warte, Feuerstoß, maximale Wut. Und danach ein Feuerstoß hinterher, bitte. Bitte. Jawohl, das kam noch rechtzeitig, das ist gut. Okay, einfach nur ein bisschen Geduld und Spucke, Synchrofertigkeiten, Visionsynthese, das sollte dabei helfen. Es ist eigentlich ganz gut, dass diese Gegner hier nachspawnen, weil wir darüber schneller die ATBs vollkriegen. Ich sehe darin nicht nur Negatives. Ja, und ein bisschen Schaden kommt ja hierbei auch um, äh, Wirbelfänge. Ich kann beschwören, ich glaube, das wird jetzt Cloud gleich sein. Wobei, nee, wir können Odin holen. Moment, Odin, den habe ich nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang der Folge gesagt habe, dass Barrett den bekommen hat. Aber zum ersten Mal beschwören wir ihn fürs eigene Team und das fühlt sich gut an. Odin wird wahrscheinlich die stärkste, äh, die stärkste Esper hier in dem Spiel sein, oder? Wobei das sicherlich auch mit, äh, mit dem jeweiligen Gegner zusammenhängt, der gerade vor einem steht. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Geil, ich habe einen Limitangriff während seiner Schockphase. Perfekt. Das sollte jetzt ordentlich reinhauen. Ich finde immer noch, dass der ganz schön resistent ist. Dann können wir hier den ungezähmten Aufstand einmal erproben. in dieser Schockphase trotzdem nicht klein kriegen. Das ist Wahnsinn, wie viel der aushält. Oh, warte mal, das ist neu. Schwingt erhabend die Waffe und mäht Gegner nieder, bewegt sich aufs Leibnir reiten, blitzschnell fort und greift Gegner im Umkreis an, Schadensbonus bei Gegner im Schockzustand. Dann nehmen wir einmal das hier. Kann ich das nämlich auch ein paar Male öfter einsetzen, theoretisch. Wenn ich das so will, steht auch ein Mandelnblatt. Das Gute ist, dass man hier seine Schockleiste extrem schnell gepusht bekommt. Also, äh, nach vorne gebracht kriegt. Guck mal, der ist gleich wieder im Schockzustand. Dabei ist der letzte noch gar nicht so weit zurück. Soll mich nicht stören, ganz im Gegenteil. Äh, jetzt habe ich gerade meine ganzen ATBs verballert. Das wollte ich eigentlich nicht. Äh, ach so, maximale Wut entlebt, glaube ich, mit allen ATB-Balken, ne? Weiß ich nicht mehr. Ich dachte, ich würde dafür nur einen aufbrauchen. Aber es wo ist... So, das sind die aus der Cosmo-Region, wo wir dann im Anschluss immer die Fotos schießen konnten. Aber ich glaube, die waren relativ unkompliziert zu bekämpfen. Da gab es ja heute schon andere Kandidaten, die ein bisschen, äh, bisschen nerviger gewesen sind. Aber mal gucken. Bloß nicht zu früh freuen. nicht, dass sich das jetzt in Kürze rächen wird. Oh, nee, das passt schon. Ich wollte am Anfang sagen, der verliert ganz schön wenig Energie, aber das haut schon hin. So, der mag kein Frost. Frost kann ich eigentlich bedienen. Das machen wir auch gleich, wenn ich... Okay, der ist gerade ganz eng am Kuschel mit dem. Die zwei lassen wir mal alleine. Ich glaube, Red könnte ich hier unser Schlüssel sein, aber ich kriege mein ATB hier gerade super langsam nur aufgefüllt. Schade eigentlich. Aber egal, das ist der letzte Kampf. Ich hoffe, dass die nächste Mission wieder ein bisschen entspannter ist und nicht so viele Spezialgegner hier mitbringt. So, jetzt ist nämlich der große Moment gekommen. Einmal Eisraff. Er sollte auch seine Schockleiste jetzt gut nach vorne preschen. lassen. Hier nehmen wir Visionssynthese. Habe ich das jetzt mit Red gemacht? Ja, das ist auch gut, weil Red wegen seinem Eis-Zauber hier ein bisschen wichtiger ist als Cloud. Und das werden wir jetzt auch gleich komplett auskosten. Recherhaltung! Recherhaltung! Ich drücke Dreieck, es passiert nichts. Jetzt bin ich in der Recherhaltung. Jawollo. Und nochmal Eisraff und das dürfte es dann auch gewesen sein. Okay, der war entspannt. Alacron ist besiegt! Wupp, wupp! Sehr abwechslungsreich, die Runde auf jeden Fall. Ist zwar keine Sammlung meiner Lieblingsgegner gewesen, aber jeder Kampf war irgendwie für sich speziell. MP-Boost ist jetzt nicht unbedingt die Materie, die ich dafür am ehesten als Belohnung hätte haben wollen, aber ist okay. So. Und dann haben wir jetzt hier die Ah, warte, ich wollte ja noch eine Sache gucken. Hier nämlich Preise TP-Boost und Glut. Was sind das denn für Schrottpreise? Das brauche ich beides nicht. Da ist Wiederbeleben mit zwei Sternen für mich schon sexier irgendwie. Aber dann ist das okay, dann brauche ich mir da auch kein Kopfzerbrechen bereiten über Gegner, die ich in irgendwelchen zurückliegenden Regionen ausgelassen haben könnte. Hier kommen mir bekannt vor, ich glaube das waren Gegner hier aus der Nibel-Region, nee, die waren aus Gongaga. Chimara-Dämon, ach, keine Ahnung. Bloß nicht in spekulative abdriften. Das kann bei mir eigentlich in den allermeisten Fällen nicht gut ausgehen. So, warte mal, habt ihr eine Schwäche? Ja, die habt ihr Eis. Da haben wir auf jeden Fall einen Charakter, der sich angesprochen fühlt, der auch gleich mal zeigen kann, wie viel Eis in ihnen steckt. Wobei das für diesen Kampf hier, glaube ich, auch echt überflüssig ist. Da wir die auch so ganz gut down kriegen. Ey, ein Schlägchen braucht er noch. Und jetzt greift er schon wieder die Luft die ganze Zeit an. Mach ruhig, Nanaki, mach ruhig. Wir sind ja alle nur zum Entspannen. hier, Red hat gerade einen Level abbekommen, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, maximale Wut, please. Und du, Synchro, ne, Vision sind hier, so brauchen wir jetzt für den Kampf hier nicht. Schwertsturm muss reichen. Gewonnen, jawollo. Sehr schön. Also mein Wunsch wäre, dass ihr der erste Charakter Level 50 erreicht, damit diese magische 50 dieser magische Meilenstein ein bisschen in kaltbare Nähe rückt. Oh, nee, die waren ätzend. Die waren ätzend, ey, die haben richtig genervt, dieses ganze Gebiet hier mit diesen Viechern. Ich weiß aber nicht mehr, was die so ätzend gemacht hat. Vielleicht läuft das heute ein bisschen besser. Die haben wir gerade gut schockanfällig bekommen. Sehr schön. Jawohl. Der zieht hier auch ein fröhliches Gie schlachten. Sieht das aus danach? Wieder Auferstehung. Ah, die beleben sich wieder. War das der Grund, warum ich die so in so schlechter Erinnerung habe? Keine Ahnung. So, verfluchter Pfeil. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber wir haben die gleich. Das ist gut. Jawohl. Boah, ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter dafür, dass ich das hier nicht auf normal spiele. Ich weiß, das nervt, weil ich das immer wieder wiederhole, aber vorhin habe ich wirklich gestruggled am Anfang der Folge. Aber mich jetzt hier durchzubeißen und mich zu frusten, ne. Eigentlich ist dieser Kampfsimulator eh komplett überflüssig, außer dass man hier gut leveln kann, weil was habe ich denn hier bisher bekommen, was mir irgendwie weiterhilft? Eigentlich gar nichts, außer gelevelte Materia und WP an der einen oder anderen Stelle und eben besagte Level. Das nehme ich dann gerne im Vorbeigehen mit. Also wenn ich, wenn mich jemals irgendjemand fragen sollte, welches Let's Play ich auf meinem Kanal am allerwenigsten empfehlen würde, dann wäre es dieses hier. Weil ich ja auch echt Gefahr laufe, Leuten das Spiel madig zu machen, die es mögen. Es gab ja schon die eine oder andere kritische Stimme auch im Kommentarbereich dazu. Ich verstehe auch, dass man das nicht gut findet. Ich verstehe aber auch nicht, warum man das zehnmal erwähnt, dass einen das gemeckern nervt, anstatt einfach zu sagen, jemandem an, der das Spiel genauso feiert wie ich. Also, es war ja relativ früh absehbar, dass das hier eher so ein frustiges Let's Play wird. Das ist, als würdest du die Vagrant Story angucken, die Rages direkt am Anfang irgendwie schon sehen und dich darüber aufregen, dass ich mich über das Spiel aufrege. Finde ich auch nicht geil, wenn Leute meine Lieblingsspiele nicht feiern, aber dann gucke ich halt auch irgendwann nicht weiter. Wenn ich feststelle, mir macht das keinen Spaß. Schockschuss, Mastodon, Feuer. Jetzt ist eine elementalen Schwächen Aussage mit das Spiel, aber kann ich gar nicht, nicht mit meinem jetzigen Charakter-Setup. Deswegen bleibe ich jetzt eher bei physischen Standard-Billo-Angriffen. Hier von mir aus einmal Recherhaltung. Wirbelfänge wird jetzt bestimmt den Gegner nicht treffen. Keine Ahnung, die Kamera hat gerade komische Spastiken entwickelt. Ist jetzt einer von beiden schon down? Ey, die ATB, ne, die ATB-Leiste ist gerade richtig vorgeschnellt bei Red. Lag das an seiner Recherhaltung. Synchro-Fertigkeiten, Sprunggeheuer, go for it! Macht den platt jetzt! Haut den kaputt! Jawollo! So wollte ich das sehen. ein Mastodon down, nächster please. Einmal Wirbelfänge. Ja, das läuft doch hier wie geritzt. Materia-Stufe geschlägen. Oh, bei TP-Boost ist das sogar echt geil. Einfach weil mehr TP immer hilfreich sind. Egal in welchem Spiel, egal in welchem Kontext. Es sei denn, du brauchst wenig TP, um mehr Schaden auszuteilen. Aber mit solchen Fertigkeiten, Skills, Ausrüstungsteilen arbeite ich in der Regel auch eher ungerne. So, ich gehe zuerst auf den Leveridon. Aus der Annahme heraus, dass der schneller down ist, weil dieser Golem, der hält einiges aus, das weiß ich noch. So, Impulsi bitte. So, Barrett, Feuerstoß, go for it, that's my man. Schockschuss, Leveridon, Jawollo. Oh, der mag kein Eis, das bietet sich gerade an, ich habe da so eine Idee. Ja, Red ist wieder immer genau dort, wo man ihn am wenigsten benötigt. Ja, Treffen tut er auch nicht, geil. Ja, das hat richtig gut funktioniert, dass ich einmal Eis auf den Casten wollte. Toll, wie wir alle die ganze Zeit daneben hauen. Ey, was für ein Premium-Traumgegner. kann gar nicht genug von dem kriegen. So, jetzt aber, warte, jetzt kann er nämlich richtig mit Eisraumseck kommen. Barrett hat sogar noch einen Feuerstoß über. Das läuft doch hier wie am Schnürchen. Versionssynthese nehme ich auch mit. Auch wenn ich jetzt vielleicht wertvolle Zeit in seiner Schockphase verliere, aber dann ist das so. Den Kampf werden wir trotzdem irgendwie schaffen. Aber ey, ich will nicht wieder schwarzmalerisch sein. rein realistisch betrachtet glaube ich, dass ich das auf normal, also dass ich hier meine Problemchen gehabt hätte. Ey, der Lephidon lebt doch immer noch. Warum greift ihr denn jetzt alle auf einmal den an? Ich habe nichts geändert, glaube ich zumindest. Nicht wissentlich, nicht bewusst. Was mache ich denn jetzt impulsiv auf den Lephidon? Beschwörung zu holen wäre aber vielleicht auch nicht die allerschlechteste Idee. Warte mal, den kann ich gleich nochmal in die Recherhaltung befördern. Jawoll, dann haben wir den auch fast. Ey, der lebt ja immer noch. Leute, ein, zwei Schläge, jetzt ist er aber glaube ich down. So, Synchrofertigkeiten. Äh, Sprunggeheuer bitte. Mag der auch kein Eis? Ne, der hat ein Problem mit Wind. Da weiß doch der Parrot eigentlich am besten, was zu tun ist, aber der ist jetzt eh gleich hinüber. Okay. Ich glaube, das wäre aus der Kategorie jetzt auch der letzte Kampf, kann das sein? Boah, ich bin so froh, wenn ich mit Chatley vorbei bin. Wobei auch das, auch das, was danach noch ansteht, alles sehr, Frust behaftet sein könnte, aber egal. Jeder Haken, jeder Punkt auf der To-Do-Liste, den wir hier kriegen, ist erstmal hilfreich. So, Lebensformen. Oh Gott, wenn ich schon lese, versteinender Blick, dann wird mir schon wieder ganz anders. Erledige den Gegner innerhalb des Zeitlimits. Gorgonschild. Hier kommt bestimmt der Schababock, oder wie der hieß, oder? Kann das sein? Ich probiere es jetzt einfach mal. Prost. Oder, ist der das? Der war da unten in Chen, ja, da dachte ich, aber guck mal, auf einmal ein bisschen kombinatorisch für diesen hier. Oh, der ist gegen feuerempfindlich, da bin ich natürlich wieder sehr super optimal aufgestellt, aber wir probieren es trotzdem. Ja, das mit der Versteinerung ist halt bei dem das Nervigste. Den habe ich vor allen Dingen für irgendein Item, habe ich den doch offscreen auch nochmal besiegt, das ist minimal nervig gewesen. So, egal, okay, ich glaube, Barret hat schon erste Versteinerungserscheinung, wenn ich das richtig sehe. So, warte mal, hat jemand anders auch behandelt? Ich hoffe, dass ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Äh, okay. Warte, warte, Barret. Also, dass ich das mit behandeln falsch in Erinnerung habe, hoffe ich nicht. Hä? Seine Versteinerung ist gerade weggegangen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Woran lag das? Die Versteinerung geht immer nach einer gewissen Zeit weg. Warum? Vielleicht ist das dem Billo Schwierigkeitsgrad beschuldet, aber ich sage euch ganz ehrlich, juckt mich nicht. Ich habe den schon zweimal besiegt, ich muss mir das jetzt nicht noch zehn weitere Male beweisen. Äh, das ist schon okay. Oder es gibt eine andere Erklärung dafür. Ich will nicht klagen. Das ist schön. Jabberwock, du bist das letzte Hindernis, bis wir Chatley fröhlich Goodbye winken und sagen können. Deswegen wäre es gut, wenn du bald mal ins Gras beißt. Auch wenn wir heute, glaube ich, nicht großartig viel mehr noch schaffen werden. Ich weiß sogar nicht mehr, was ich mir danach eigentlich vorgenommen hatte, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir, das habe ich in der letzten Folge auch nicht erwähnt, noch einen Tipp zu diesem Undersourcer Kampf mit Aerith und den Bombern notiert. Warte mal, wenn Red nicht so weit weg wäre vom Gegner, dann könnte ich auch mal auf meine Liste gucken. Und zwar, ich sollte es mal mit dem schützenden Magiekreis probieren, weil Aerith dann einerseits sowohl weniger Schaden frisst, glaube ich, aber definitiv mehr Damage austeilt. Das wäre vielleicht noch eine Sache, eine Sache, der ich heute noch meine Chance geben würde. So, jetzt bitte nicht zu Stein erstarren, mein lieber Cloud, wir brauchen dich noch für den Damage hier. Oh, ich glaube, ich würde das wieder ganz knapp nicht schaffen. Den, ah doch, doch, es hat auch promotioniert. Sehr gut, ach das Zeitlimit, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber gut, auf einfach ist das Zeitlimit, glaube ich, eh kein Thema. Das innerhalb des Zeitlimits auf Schwert zu schaffen. Gibt das solche verrückten Leute? Muss man das für die Platin machen? Die ganzen Chantley Sachen hier auf Schwert, äh, auf Schwert, Schwer. Feindtechnik Gorgonschild, das hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, haben wir das noch gar nicht. Kann ich mir im Menü irgendwo angucken, was Gorgonschild macht? Ich habe jetzt schon keinen Bock im Menü mich da Gruppeneffekt ist. Wenn das, äh, so auf alle geht, ohne dass man das vielleicht mit was kombinieren muss, kann es ja auch nicht kombinieren, es ist ja auch keine Materia, dann, ach, ich weiß doch auch nicht. So, wo kann ich mir das jetzt anzeigen lassen? Wer hat denn überhaupt gerade Feindtechniken? Ich glaube, das ist sie. Warte, ja. So, Charakter wechseln, bestätigen, zurück. Wo kann ich mir anzeigen lassen, was ich auf dieser Materia drauf habe? Äh, Magie? Das zählt, glaube ich, nicht in die Kategorie Magie, oder? Gegenstände? Limits? Fertigkeiten? Gorgon steht hier tatsächlich. Errichtet bei erlittenen Treffern einen magischen Schild, versteinerte Projektile verschießt, kann in der Luft eingesetzt werden. Geht aber nicht auf die Gruppe, ne? Aber ganz ehrlich, bei Gegnern, nicht immun sind gegen Versteinerung, warum eigentlich nicht? So, okay, Leute, wir werden jetzt einmal nochmal diesen für mich sehr frustrierenden Bomberkampf mit Aerith ausprobieren. und ich werde vorher aber nochmal abspeichern, ich kürze mal ab. So, abgespeichert ist das Ding. Ich gehe mal davon aus, dass man zu Kampfbeginn hochgeheilt wird. Äh, wie war das nochmal? Gegen Gast Champion antreten, oder? Oder bin ich hier gerade falsch? Runde 2, das Blumenmädchen versus Feuerkugeln. Das klingt, als wäre es genau das, wo ich hin wollte. So, wie hieß das Ding nochmal? Schützender Magiekreis. Na, mal gucken. Ich bin ja gespannt. Vielleicht kann man die sogar versteinern. Vielleicht könnte ich den Gorgonschild hier schon zu meinem Vorteil nutzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das seinerzeit gemacht habe. So, warte, warte, ab und zu mal ausweichen war Teil des Plans. So, und jetzt, warte, jetzt kommt der Moment. Schützender Magiekreis. Erzeugt einen Magiekreis, der Angriff stärkt und zaubernd in seinem Wirkungsbereich vor Schaden schützt. Ja, genau, das klingt nach einer sehr, sehr guten Kombination. Kommt ja heute auch nochmal. Jawohl. So, wie gut geschützt bin ich jetzt wirklich? Das ist schon... Ja, schmeiß mich einfach aus meinem Kreis raus, du dreckiger, hässlicher Scheißbomber, ey. Regt mich das schon wieder auf hier. Äh, wie habe ich das früher immer gemacht? Warte mal, die hatten doch keine, die sind immun gegen Feuer. Das heißt, so ein bisschen Blitzra. Ich mache halt so unfassbar wenig Schaden bei denen, ne? Aber das könnte, solange ich in diesem Kreis stehe, verliere ich wirklich wenig Schaden. Ey, lass die mich hier das mal rauskicken, ich könnte so ausrasten, wie mich dieser Kampf einfach hier das mal trägert, Mann. So, der ist im Schockzustand. Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft hier. So, da, Blitzschlag, jetzt mach den platt, mach den platt. Ja, jetzt attackiert mich der andere, geil. Okay, aber ich glaube, so wird das hinhauen, Leute. Ich glaube, das ist tatsächlich die Lösung für all meine Probleme. immer danke für den Hinweis. Ich werde mich auch wohlgemerkt dafür nicht loben, denn ich spiele immer noch auf leicht heilender Wind von mir aus und ich wäre wahrscheinlich nicht selber drauf gekommen, das mal auszuprobieren. Also, es sei denn, ich hätte mir irgendwann mal die Zeit dafür genommen und mich ernsthaft damit auseinander gesetzt, aber ihr kennt ja inzwischen mein Motivations, Demotivations, Problem, trifft es wohl besser. Aber hey, Progress, Leute, wir haben die Chat-Layliste heute abgearbeitet, ich bin jetzt hier einen Schritt weiter. Eventuell können wir den nächsten Kampf sogar auch noch schaffen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, warum kriechen dafür keine Preise? Hä? Gab es denn nicht für jeden Kampf einen Preis, den man erstmals erfolgreich bestreitet? Kämpfe mit Barrett in der dritten Runde von Gass Gassenhauer und festige deine Stellung als Favorit auf den Gesamtsieg weiter. Gegen die Wind weisen. Okay, bei Barrett habe ich aber eigentlich ein gutes Gefühl. Gucken wir mal. Wahrscheinlich musst du hier wirklich charakteristische Spezifika irgendwie für dich nutzen und dazu gehört halt bei Aret auch dieser Kreis. Ich weiß nicht, worauf wir jetzt bei Barrett am ehesten abzielen wollen würden. Aber der wird das doch hier locker im Alleingang hinbekommen, glaube ich. ein bisschen Schockschuss, ein bisschen äh, ich muss sie nicht mal schocken. Ah, das hier wird easy. Das hier wird easy. Es sei denn, die haben jetzt gleich so einen richtig ekligen Todeshit oder sowas. Maximale Wut bitte. Und tschüss. Das ist schockanfällig. Okay, ich glaube, das hier wird der einfachste Kampf bisher aus der Runde. Das ist okay. Das habe ich mir verdient. Ein bisschen Entspannung, ein kleines Pflasterchen auf die auf die entstandenen Wunden. Das ist für mich alles vorgeplänkelt für Gilgamesh. Ich bin aber guter Dinge, wenn wir hier beim nächsten Mal das vielleicht sogar alles abgeschlossen kriegen, dass wir vielleicht ganz vielleicht doch eine realistische Chance haben. Gilgamesh zumindest zu konfrontieren. Ich glaube nicht, dass ich den besiegt kriege, aber zumindest erst mal sehen, mit Animationen und so. Kämpfe mit Tifa in der vierten Runde, sichere den Sprung ins Finale. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Ich bin bei Tifa nämlich ziemlich raus. Glaube aber, dass sie eigentlich ganz gute Materie angelegt hat. Okay, das ist ein Einzelgegner, der wird wahrscheinlich eine Blitzschwäche haben. Ich weiß gar nicht, ob ich Blitz habe. Ich könnte aber eigentlich ganz gut hinhauen. Jawohl, sie hat es, perfekt. So, einmal die Arme traktieren. Ich hoffe, sie hat auch Zauber. Vielleicht werde ich Zauber aber auch gar nicht benötigen. Ja, das sieht auch relativ easy aus. Ey, wer hätte gedacht, dass wir jetzt hier so durchmarschieren, wenn einmal der Knoten hier platzt mit Aerith. Also tausend Dank auch nochmal für diesen Hinweis. Das war ja ein Unterschied wie Himmel und Hölle. Vielleicht hat auch noch einen Anteil dazu beigetragen, dass wir mit ihr zwischenzeitlich auch ein bisschen gelevelt haben. Ich weiß gar nicht mehr, so lange ist das doch gar nicht her, seit ich hier zuletzt mein Glück versucht hatte und verzweifelt bin, oder? Selbstreparatur, wag es ja nicht, sonst hole ich meinen Beschwörerfreund. Ich weiß gar nicht mal, wen sie beschwört, aber ich glaube, ich habe das gerade unterbunden mit seiner Heilung. So, jawollo. Und jetzt einmal noch einen geschmeidigen Hackentritt und dann war es das für dich. Ja, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Nice, Tifa. Das hast du ganz wunderbar umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich das auch normal geschafft hätte, aber man bekommt hier keine Belohnung. Was ist das? So, und wer ist der Letzte, der hier antritt? Das ist Cloud. Finales Ass im Ärmel. Schreib mal Ass nicht mit zwei S und sichere dir den Gesamtsieg. Zuckermäuschen gibt es als Preis. Was ist das denn? Ach, das ist die Freundin von Leslie. Also vermutlich die Freundin. Ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Okay, aber dann haben wir doch, dann haben wir doch fürs nächste Mal einen echt guten Einstieg. Und gucken mal, ob das überhaupt im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Aber ich denke schon. Ihr Lieben, ich bedanke mich mal wieder fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao. Ähm, die Knochen will ich und bis dahin. Vielen Dank.